hi und herzlich willkommen zu einem neuen video auf dem pokémon kanal ja wir öffnen heute die pikachu v kollektion box die ganz neue mit zwei promos diesmal einmal mimigma und einmal pikachu v und natürlich die riesen karte darf nicht fehlen ja gar nicht lange schnacken wir rufen die auf naja falls ihr euch die auch gönnen wollt erster link video beschreibung könnt ihr gerne abchecken haben wir da im shop kommt eigentlich erst am 25 raus wir haben die wie gesagt schon heute bekommen wird natürlich erst zum 25 verschenkt und ja das könnt ihr gerne abchecken wenn ihr schon dabei seid der mo freut sich bestimmt über einen daumen nach oben und natürlich über ein abonnement ist ihr kostenlos ist voll verzögert kostenlos ist so einmal die pikachu v die roll und die mimigma holo schön schönes ding schönes ding so was haben wir denn für booster trainer wir haben einmal kampfstile dann haben wir schaurige herrschaft strahlende sterne und nochmal strahlende sterne die machen wir mal zuletzt auf ach so die haben wir jetzt richtig krass reduziert im shop drinnen ein case jetzt haben wir auch cases im shop hatten wir vorher nicht könnt ihr auch gerne mal abchecken wie gesagt erste link die video beschreibung ein case ein 36er case könnt ihr kaufen sind immer sechs displays drinnen in einem case ist noch factory seals sozusagen und ja reißen wir auf ganz viele let's go 1 2 3 4 energie 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 morpel wagon konis fuchs freund hermux vergossel poli kripskopf knirrfisch in reverse und ein inferno port in raro ja wir waren jedes mal wieder am wochenende auf dem flomarkt schönes wetter eigentlich gewesen aber extrem windig diesmal also wirklich das war nicht so geil aber trotzdem schönes wetter gewesen aber der wind hat echt genervt diesmal ich weiß auch nicht naja aber hat spaß gemacht waren viele kids da die haben sich gefreut über pokémon karten und wenn man da der einzige pokémon stand ist dann ist natürlich um das wetter so kapokimio reverse und ein galler lauchtelop fokussierte angriff die freuen sich immer über v-karten v-max karten genau da sind immer geist auf je höher der kp wert ist desto besser 1 2 3 4 mal gucken ob die boxe gönnt energie magma weg capoeira luxio knacklion caumalat barmelin res ladero electric uuuu artillery in characterware nice das ist auch was für die kids auf dem tollen da freuen sie sich auch drüber und kuguin in nix ein hiffes jetzt mh das ist wunderschön da kann man noch einen rauskriegen da kann man noch einen rauskriegen so 1 2 3 4 energie hitzkopf doppelturboenergie koto charadonis kikugi pipi laukap stern du sneebel in reverse und burmadame in nix so das war es noch nicht wir haben noch eine ja damit habe ich heute gar nicht gerechnet eigentlich dass da noch was kommt aber ups war heute da und hat was schönes gebracht hier nochmal die promos wieder kampfstile strahlende sterne und auf der anderen seite die schaubige herrschaft strahlende sterne so mal gucken ob die box mehr sind und wenn nicht habe ich euch wieder die schlechten rauskriegen der sucht dir nicht kauf sondern die guten ich krieg die guten ab ich krieg die schlechten kein problem mir fehlt ja immer noch eine trainer karte das ist die letzte karte die mir aus dem set fehlt und zwar ist es maastricht fokussierter angriff glaube ich ja das ist die einzige karte die noch fehlt aus dem set dann ist es full 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 jungkiefer knierfisch in reverse und amphira in nix so next one schauriger also bis jetzt habe ich nur das äh celebration set komplett voll und wie gesagt strahlende sterne fast die anderen habe ich nicht so gesammelt also jetzt nicht master set mäßig aber bei strahlende sterne ist so ein geiles set also das das muss man irgendwie voll haben das kommt den global machen wir zuletzt habt ihr denn auch schon was komplett oder fehlt euch noch was und strahlende sterne so eine hausstar capoeira superweil ipco radones kikugi pipi laukas okumil picochila in reverse und ein knackrack in hallo head so tak letztes pack letztes pack gönnt diesmal gönnt diesmal 1,2,3,4 1,2,3,4 energie roxanas becker tropius fomeo gulbe bämon shinox fukumil ein schild schild terar in reverse und ein kavalanzas ja das war immer nix so wie gesagt aber ich habe euch jetzt die schlechten rausgesucht die guten bleiben jetzt noch übrig für euch könnt ihr euch freuen dann checkt den shop ab wir sehen uns beim nächsten mal wenn es wieder heißt rup 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 bis dann tschüss tschau und auf wirsingkohl j j j j